Ich will sehen, ob er in den Raum reinkommt. Ah, er kommt hier gar nicht rein, okay, ja, alles klar, dann könnte ich es eventuell schaffen. Ich versuche es. Lauf, mein Freund, lauf. Bitte, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Ne. Ah, okay, aber ich bin in einem anderen Raum jetzt. Meine Nerven. Ich bin hier echt ein Rumzitter. Leute, Leute, Leute. Okay. Warum sieht er eigentlich zwischendurch verschwommen? Hat das einen Grund? Soll das so sein? Oh, das war knapp. Wo kann ich denn speichern, Leute? Ich möchte speichern. Die Folge geht schon wieder viel zu lang. Ne. Okay. Na super. Na, ganz geil. Ähm. Tür 1 bis 4. Ich nehme Tür 2. Okay. Gang Nummer 1. Gang Nummer 2. Gang Nummer 2. Das sind alles dieselben Gänge oder was? Geht das wieder los? Ach, na super. Dann ist ja egal, welchen Gang ich nehme. Okay. Ich arbeite mich jetzt einfach mal so vor. Na gut. Stand der Kerzenleuchter, der jemand schon in der Mitte? Naja. Ach, Mensch. Echt jetzt? Ne. 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 Puh. Okay. Kerze Nummer 1 ist angegangen. Muss ich das Spiel hier jetzt die ganze Zeit wiederholen, bis alle Kerzen angegangen sind? Ah. Ah. Moment. Vielleicht war es einfach von Anfang an der richtige Gang. und dadurch ist die Kerze angegangen und dann musste ich den zweiten richtigen Gang finden. Okay. Dann gehe ich mal durch die Tür. Ob das auch in der gleichen Reihenfolge ist? Also dann von links nach rechts einfach durchgehend? Ach, scheiße. Okay. Anscheinend. Dann machen wir das auch einfach mal so. Hm. Gang. Gang. Tür Nummer 2. Mit Grafikfehler. Ja. Dann nehmen wir auch gleich die Nummer 3. Pass mal auf, die ist jetzt falsch. Ja, natürlich. Ich habe es gewusst. Ach. Okay. Mein Timer sagt eigentlich, die Folge ist schon seit 5 Minuten zu Ende. Aber was soll ich machen? Ich kann nicht speichern. Die wird jetzt noch ein bisschen länger dauern, die Folge. So, warte. Das war das. Das war das. So. Jetzt nehme ich die Tür. Okay. Und die letzte. Oh. Okay. Schon sehr flügig hier alles Nein, die Tür komme ich gar nicht Das ist ja wahrscheinlich runter, ne? Das springt wieder So super phänomenal Da ist eine Tür und da ist eine Tür Ja, na, treffe ich, treffe ich Oh, okay Das war äußerst knapp Tja Die war direkt verschlossen Ach, der nächste Gang Wo kommen wir jetzt hin? Das Kaminzimmer Okay Die geht auch Okay Dann waren wir ja mal direkt richtig Ach Gott Ich muss bestimmt durch den Gang durch Natürlich Die ist auch verschlossen Fenster Fenster sind nicht schön Hm Das ist doch bestimmt die Tür da hinten, oder? Okay Natürlich Ich muss sagen Ich bin wirklich sehr angespannt Auch wenn hier Nicht so viel passiert Aber Ich habe echt Schiss Dass hier Halt Dass hier halt plötzlich Irgendwas Komm Puppen 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 Oh, oh Das war knapp Wo ist noch reingefangen? Do you want to play? Ähm Ich spiele schon Oh Gott Oh, die ist lang Die geht schneller Okay Ich glaube Das habe ich doch ganz gut gemeistert Gerade Ach Ach Natürlich Die Tür ist verschlossen Zen Und wir befinden uns wieder So plötzlich In einem anderen Raum Ne Ach Was? Äh Da kommt doch gleich was Meine Taschenlampe bringt so gar nichts Oh, ich erschrecke mich gleich garantiert Hä Okay Ah Super Ähm Also ich muss da jetzt nicht durch Ganz ehrlich Okay Was guckst du? Ja genau Hock dich mal in die Ecke Ja genau Hock dich mal in die Ecke Okay Okay Und das war jetzt alles der Maske geschuldet Bisher Oh, Alter Oh Hahaha Hahaha Ah 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 Was ich hier irgendwas machen? Ah What on earth is going on here? Hier Ach ah Ehm Ne Dem dunklen Gang wähle ich nich rein ach wie schön ach na super na geil Ich glaube die Folge werde ich cutten, die geht doch deutlich zu lang, die werde ich schneiden müssen. Aber wir sind schon fast oben. Also dann bin ich eben sogar runtergesprungen. Warum sind wir jetzt auf einmal wieder fast ganz oben? Müssen wir überhaupt nach ganz oben oder müssen wir nach ganz unten? In Horrorspielen muss man doch eigentlich erstmal nach ganz unten. Ich glaube ich bin schon an der Tür vorbeigelaufen oder? Aber ich konnte gar nichts machen. Hm. Ja, okay. Also die Tür konnte ich dann auf jeden Fall nicht öffnen, weil er sich auf dem Schmalstückchen nicht umdrehen kann, um die Tür zu öffnen. Na komm, pass auf jetzt. Ja, danke. Natürlich, ich bin im Keller. Ach, warum bin ich denn jetzt im Keller? Und der speichert schon wieder zwischen. Der Puppenkeller. Ja, na klar. Und ich habe keine Map. Und der Keller ist so super verwirrend. Okay. Ich glaube hier ging es raus. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Lauf, Junge. Lauf. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ha 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 ha. Lauf die Tür auf. Lauf das Türchen auf. Muss ich nicht hier längs? Muss ich nicht hier längs? Wann muss ich hier längs? Ach, scheiße. Ist das... Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß absolut nicht, wo er ist und wo ich hin muss. Muss ich hier längs? Scheiße, hier komme ich auch nicht durch. Dann lauf ich hier längs. Oh, 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 oh. Da ist ein kleines Sch-Sch-Sch-Schick. Okay, ich glaube, wir sind richtig. Oh. Halleluja. Oh, ist ja echt erstaunlich, wie ich... Oh, nee. Super. Okay. Oh, ich sehe gar nichts. Ich folge dem Licht. Was? Wo bin ich denn jetzt? Ähm, okay. Oh, meine ganze Hand zittert. Ach, muss ich die Uhren hier wieder alle stellen? Die ist auch auf 12? Die ist schon auf 12. Na klar, geh in die Dunkelheit. Darf ich, darf ich in was? Ich glaube, einfach mal drauf zu. Jetzt bin ich wieder in dem Gang. Ach, muss ich wieder springen? Nee. Nee, sieht nicht so aus. Die gehe ich mal durch die andere Tür. Ich sehe, schon wieder verschwommen. Ach, okay. Dann muss ich ja doch irgendwas dort machen. Ah, Blindfish. Ja, natürlich. Ich kann hier nicht runter. Das muss ich wahrscheinlich hier auf dem breiteren Stück machen. Oh Mann, oh Mann. Das zieht sich ja ganz schön hin hier gerade. Ich glaube, ich nehme die längste. Ja. Das war doch eine gute Entscheidung. So, Tür 1 oder Tür 2? Ah, die kann ich nicht öffnen. Dann nehme ich Tür 2. Ich habe hier gerade selber auch keinen In-Game-Sound. Also nur sein Gehechel und... Ah, die kann ich gar nicht öffnen. Okay. Ein kleiner Parcours. Ja, das kann sich länger ziehen. Oh, wir sind fast da. Wir sind fast ganz oben. Das ist sehr still. Es ist eigentlich beängstigend still. Definitiv zu ruhig für mich. Ganz besonders in diesem Spiel. So. Eieiei. Wo sind wir denn jetzt? Das sah doch aus wie in dem... Er speichert schon wieder. Er speichert immer zwischen. Aber das ist keine richtige Speicherung. Wenn ich das Spiel jetzt beenden wollen würde, dann würde ich nicht hier wieder ankommen. Ja. Natürlich. Was ist das bitte für ein Haus? Wer baut denn sowas? Aber wir scheinen ja noch immer... in irgendeiner Parallelwelt zu sein. So. Wir haben wieder viele Türen. Die gehen schon mal nicht auf. Scheinen doch alle verschossen zu fallen. Ah, nee. Ah, okay. Wenn der Balken... Auch da nicht. Ja. Okay. Cool. Dann gehe ich mal in die Mitte. Aber auch da passiert nicht viel. Die sind aber alle verschlossen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Hat sich die gerade geöffnet? Aber ich kriege die nicht auf. Obwohl hier kein Balken voll ist, kriege ich die nicht auf. Stuck. Jetzt bin ich aber noch mal kurz. Ah, ich komme hier eigentlich mal hoch. Okay. Die Musik hat wieder aufgehört. Ja. Okay. Ähm. Was soll er tun? Ich habe jetzt absolut keine Ahnung. Die Treppe komme hier auch nicht mehr nach oben. Oder? Also, eben bleibt der oben immer stecken. Nee. Nee. Ich kann hier nicht weiterlaufen. Was anleuchten? Ausleuchten? Ich weiß nicht was. Aber irgendwas muss ich doch übersehen hier. Kann doch nicht sein, dass die... Ist das ein Schalter? Nee. Dass die ganzen Türen hier verschlossen sind. Mit Kerzen kann ich aber auch nichts machen. Genauso bin ich an dem Paddeln. Oh. Was war das? Ah. Ein Schalter. Ha. Okay. Ähm. War das jetzt die Tür? Tatsächlich. Ach ja. Na klar. Warum denn nicht? Ein kleines Labyrinth hier, oder was? Okay. Versuchen wir mal hier denn zu gehen. Nach Gasse. Nein. Nein. Ich tue schon wieder. Ich glaube, da muss ich irgendwie hin. Scheiße. Hier laufe ich zurück. Na super. Oh. Jetzt habe ich mich verlaufen. Jetzt laufe ich ihm in die Arme, oder was? Scheiße. Hier laufe ich wieder zurück. Kacke. Ich muss wieder zurück. Nein. Da ist er. Kann ich hier jetzt... Oh, ich konnte hier einmal rumlaufen. Okay. Ähm. Bin nicht komplett hier längs gelaufen. Wo macht er? Hier. Ein Schalter. Okay. Was hat der Schalter betätigt? Das ist noch ein Schalter. Oh, Sackgasse. War das die Tür? War das die Tür, von der wir gekommen sind, oder? Ach, scheiße. Okay, dann hat er mich doch jetzt, oder? Soll er jetzt wieder so... Ja. Nein, du kriegst mich nicht. Boah. Gott sei Dank. Okay. Hm. Ich bin schon wieder äußerst angespannt hier. Hier war ich doch schon, oder? Oh. Ich bin schon wieder äußerst. Das ist schon wieder die Tür. Gibt's noch nicht. Ich schreibe es mit der Kassel. ich glaube jetzt einfach mal ein bisschen wir war durch ich glaube ich muss hier jetzt wieder raus wo ging es denn hier jetzt raus komm schon bitte bitte lass es die tür sein um mich raus zu lassen hier stand doch gerade die roten mutter oder ganz am anfang in dem video ja sieht mir auch sehr nach dem tempel aus ich würde jetzt echt gerne eine pause machen ach das ist doch die frau ne ist das die frau von dem ort wern appinson also sie diejenige die hier auch also geist herumstreuen wo geht es jetzt weiter muss ich wieder zurück ist doch super wie ich hier überhaupt kein talisman und so hab also mit der kann ich anscheinend kann ich überhaupt nichts machen hier 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 Vielen Dank.